hi leute was geht ich bin es mal wieder id live willkommen zu meinem neuen video heute heute geht es um eine storyline art horror story in roblox habe ich mit einem anderen streamer zusammen gemacht außengeländer das sind die highlights ich hoffe es gefällt euch viel spaß im reinschauen tschüss ok start da bin ich mal gespannt ich auch es ist auch 22 uhr 45 freundlich also man kann gut in die hose scheißen auf jeden wasserfall wer ist der fahrer ich hab nur für euch halt ich bin da ich weiß noch nicht mal wer 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 ist ich habe keine ahnung was wir hier machen wir müssen ich bin deine frau geworden aber sowieso nicht durch was hier gemacht werden muss bisher kann man irgendwie die tür öffnen oder so oma kann die türen öffnen ich bin ja nur so ein bad hallo was geht bei tarz wir müssen irgendwas machen bei tarz da steht da oben da ist ein rosenknopf da drückt man da drückt oben rechts steht irgendwas müssen wir machen müssen das radio müssen wir irgendwas für ein schloss habe ich gesehen ja vorhin war da ein schloss genau das war das haus bestimmt finden wir dort auch das komische ding da warte mal hat ist hier offen auf einmal leute leute ist das ding endlich gefunden ich sehe etwas runterfahren oder fliegen ganz leicht ich habe keine ahnung leiche gezogen eine leiche eine leiche ich glaube wir müssen zusammengehen aber ich vermute leiche gezogen alles klar kommen da rein geh mal rein ok ok wieder zurück andere seite hier ist versperrt andere seite schloss 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 ich kann nicht rauf einer geht einfach weiter ok wir bleiben halt nicht zusammen einer geht sterben ich lauf den anderen hier hinterher den ein keine ahnung einfach mal vorne die angst vor was haben so was ist unsere aufgabe woher die freunde hier in dunklen oben schloss 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 ich habe gefunden ich habe gefunden ich bin nicht gestorben ich habe einen schraubendreher gefunden komm hier hin ich glaube ich weiß wohin wohin denn wer bist du denn ich weiß noch nicht mal wer ich tanze ich mach diese bewegungen guck 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 das bist du ok ok komm ich zeig dir wohin der da der hier nein nein das bin ich das bin ich ja ach digger wenn ich flipflopflopflopflop machst du ja man kann sneaken aber ich sneaker los ich sneaker jetzt ich kacke grad ich habe es rausgefunden ich kacke ah da hinten war auch so ein ding so ein gitter ah hier auch ja dann zeig mir gleich wo ist das gitter zeig mir hier digger komm 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 ich habe oben gemacht hier da hinten war noch eine ja das hier solltest du mir ja zeigen danach gucken wir was da hinten ist explosiv 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 leute wer hat von euch das explosionsteil macht das mal hier hin wer hat das explosionsteil hier wo das gitter ist könnt ihr das da ran machen oder nicht was ist hier los der wurde aber richtig gejallert ja mal junge dame hier platzieren weg 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 Hier, du musst hier. Hier, du musst hier hingehen. Hier, jemand hier. Ihr müsst diese Scheiter hier klicken oder so. Hier, 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 da musst du nochmal. Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, Digga. Kachale wurde verbrannt. Warum? Warum? Genau, echt, Digga! Okay, wir gehen weiter. Kein großer Verlust. Kein großer Verlust.. Ah, scheiße, da kommt jemand! Hilfe! Ah, siehst du, siehst du, siehst du, siehst du! Ich kann nicht rennen, ah, jetzt! Scheiße, weg da, weg da. Der hat eine Achsel da so in der Hand gehabt. Wer bist du? Kann man den nicht? Nee. Einfach ein Boss verlaufen, du. Holy shit. Alter Schwede, ich hab mich grad voll erschrocken im ersten Moment. Ich kack gleich in die Hose. Junge, der ist irgendwo da hinten lang gelaufen. Wenn du nein gehst, dann geh ich hier. Ich schwing grad den Weg nicht, Jungs. Ey, das wird da zu dunkel. Lass da nicht lang gehen. Lass hier lang, Jungs. Komm, vertraut mir. Lass hier hinten lang. Wir können laufen, ne? Wir können laufen mit Sprint, ne? Ja, ja, aber ich würde nicht Sprint. Digga, was ist das denn? Eine Höhle. Scheiße. Ich glaub, da, wo es zu dunkel ist, äh, sollten wir nicht lang gehen. An Pause? Nein, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Mann, 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 Mann. Hier hin, hier hin, hier hin. Hier ist Weg. Wo, wo, wo seid ihr? Scheiße. Hier, hier, hier. Ist zu dunkel. Aboh, Digga. Er folgt uns wie, keine Ahnung was. Ich lauf grad zu euch. Ist das eine lange Halle gewesen? Hier sind drei Wege, wo welchen... Gehen wir links, rechts oder in Mitte? Also Mitte. Okay, Mitte. Hier, 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 hallo, hinter dir, hinter dir. Omit. Komm mit, mein Gumbel. Hier, hier ist Omit. Wie, wie kann man rennen? Ah, Schiff. Schiff, ja. Komm, geradeaus. Und jetzt hier, äh, hier links waren wir. Kommst du? Hallo. Ich hab was gehört, Lo. Was? Du wurdest von den Typen erschlagen. Aha. Ich hab das richtig gesehen. Wie der erschlagen wurde. Ich kann nicht mehr. Bruder. Bin wieder zurückgelaufen, Lo. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Ich suche euch. Was machen wir jetzt, Lo? Der, der verfolgt uns. Ich weiß nicht. Der will uns. Kack. Ey, ich glaub, wir hier müssen... Wir müssen warten, bis der geht, Digga. Ich hab den nächsten Weg gefunden. Let's go. Wir müssen, glaub ich, diese Wege gehen, Lo. Die da hinten sind. Einen von denen ist recht. Hier, lass mal hier hingehen. Ich hab ihn gehört. Aber... Du hast mich grad verschrocken, Alter. Komm mit. Na hier, ne, komm doch nicht mit. Wo bist du? Hä? Wo bist du? Hä? Hier, 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 hier. Guck mal. Guck mal. Hier hab ich... Genau hier hab ich den Weg gefunden. Ja, ich auch. Aber... Auch schon. Anak, Mann. Kaneki. Ja, dieser Typ da. Guck mal, Ali. Zap, Digga, Ali. Guck mal. So mit Stream gucken. Ah, da war ich auch um jetzt. Da war ich auch um jetzt. Warte, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Warte, ich komm, ich komm. Ah, wo da ist der Digga? Tschernobyl, Digga. Der ist vorbeigelaufen. Der ist vorbeigelaufen. Pass auf. Ich komm auch. Ich weiß, wo Tschernobyl ist. Ich hab gar... Wie komm ich hier rüber? Kann ich einfach durchlaufen, oder was? Ich weiß nicht, weil da ist ne Lücke. Ich hab Angst runterzufallen. Ich hab nur ne Axt. Ich will mit euch, Lo. Ich will zu Tschernobyl laufen, Lo. Ich hab Angst. Kann man jetzt den Holz nicht? Kann man springen? Ne, ne. Magnet, wie springt man? Gar nicht, man kann nicht springen. Ne, kann nicht springen. Vielleicht, wenn man schnell läuft, dass das geht? Ich will aber nicht machen, ich hab Angst. Einer muss hier stehen, warte. Warm, warm, warm. Parkour, Parkour. Oh, scheiße. Scheiße. Wir haben Spawn gestampelt. Loll. Auch nicht, wir warten ganz drüben. Er wollte ganz, ganz bestimmt sagen, er hat dich ganz doll lieb. Ah boah, da ist, glaub ich, der. Irgendwo Licht ist, es kann sein, dass er ist, so. Da immer pixel, nicht pixel. Da. Ja, Digga. Wir haben es gefunden. Gut gemacht, Lo. Gut gemacht, ich guck euch zu, Digga. Aber, gut gemacht. Wir haben es geschafft, Digga. Wtf. Abo, 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 Digga. Ich geh raus, Digga. Natürlich seh ich ihn als erstes, Digga. Hä? Ich war doch gar nicht drauf. War doch in der Mitte. Hä? Schon knackig dahinter. Digga. Ich geh mal auf ihn. Spinne, Digga. Spinne, schon süß, Digga. Abo, wie viele spinnen, Digga. Einfach mal rum. Wir müssen die Leitungen hier einfach reparieren. Guckt euch das Stream an, Digga. Ja, ich weiß. Ich hab doch schon auch schon gemacht. Mein, 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 mein. Wir müssen alle Leitungen reparieren, damit die Maschine funktioniert. Eine Spinne. Nicht so süß wie eine Spinne. Hä? Die kommen jetzt. Ist das Netflix? Ja. Grafiker. Hilfe, Alter. Boah. Die treten zu keinen Boden oder so. Boah, du musst die Grafik gucken. Ich hab mich so erschrocken, Alter. Ah, jetzt hab ich. Guck. Wir brauchen mehr Zutaten. Ja, da ist was dran. Wir brauchen mehr Zutaten. Wir müssen irgendwas kochen, Digga. Wenn du irgendwas Neues siehst, drück drauf, Digga. Was ist das? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dieses Gasoline, das ist ja. Du hast, das kann man benutzen. Ja, und was. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, was das bestimmt ist. Ich finde diese Muttersprung, ne? Vielleicht muss sie anbrennen. Wer weiß das? Aber wir brauchen noch die Lichter. Irgendwo ist noch ein Ding. Ah, falscher Weg. Oder wir müssen erst mal die Lichter reparieren. Weiß man nicht. Vielleicht haben... Ach, scheiße. Warum kommt die denn jetzt aus die Ecke, Alter? Ach, Digga. Ich wollte wegen den Lichter hinten in der Ecke gucken. Ja, die Spinne kommt wieder. Ach, Mann. Jungs, wo seid ihr denn? Ja, da bist du, ne? Ah, da. Ja, da hinten. Und dann da links ist dann Dings, ich bin jetzt. Habe ich das draufgeschmissen, Digga? Ja, Mann. Jetzt muss ich dich zurücklehnen. Jetzt habe ich vorher reingemacht, aber der hat mich gekillt. Ist gestorben. Gott. Wo seid ihr? Einfach gerade ausgehen. Einfach gerade ausgehen. Von der Mutterspinne aus. Da wo Dings, Spinne ist. Ja, wenn ich halt Spinne ist, da immer noch. Ja, ich sehe es gerade auch. Hat es nicht. Also, ich war es hier. Jetzt kannst du. Probieren. Und nächste Staffel. So, hier und da. Hoffentlich kommt nicht Schlimmes, so. Hier nix. Hier, Digga. Hier, passt auf. Fass mich auf mein Gehirn nicht. Bei mir ist nur schwarz. Abo, Digga. Die fallen alle so. Bitte drauf. Digga, hier fliegen Steine runter. Oh, shit. Wo meine Nase hat man da? Vor deiner Nase, Digga. Für meine Fress war es auch. Ja, bei mir auch. Ach du Scheiße. Ey, geschafft Digga. Wir haben das Leben geschafft. Hä? Bei mir ist gar nichts Digga. Ach du Scheiße. Ah, jetzt Digga. Jetzt Digga. Jetzt Digga. Bad Ending. Hä? Weißt du was passiert? Ich bin nicht mit dem Zug gefahren. Weil ich auf dich warten musste. Und dann der Zug ist abgefahren und... ... bin gestorben. Okay. Bad Ending. Egal. Und bei dir auch? Stellender Verlust. Stellender Verlust. Hä? Bei dir auch? Nein. Trifat, ich will sehen, wenn man zu fährt, was passiert. Wir haben irgendwas falsch gemacht. Hm. Wer weiß das schon. Egal. Ihr habt context. Alles im Leben geschafft. Und vers Wilson. Tschööööööööööööööööööysiööööö. Wir haben auch ein Gänggig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like. Abo da. Er würde mich mega supporten und freuen. Und das ist zum nächsten Video. Tschüss. F Boardline Kurzцы. Nickta gagnige Kurzs. Bis zum nächsten Mal.